Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, wer nicht wagt, anzunehmen bei Monte Gatslov in Ashrachet, an dieser Stelle. Fecht mit den Marvel Goblins, alles klar. Ich werde jetzt nicht bei jedem einzelnen Antimap aufmachen, denn die sind auch in diesem Gebiet hier, wo wir gerade sind. Hier müssen wir mit diesem Goblin quatschen, der hier sitzt. Nennt sich Semi-Zischwold. Föchblase angeklickt. Dann geht es hier nach unten, beziehungsweise dahin. Kaiser, ziemlich unscheinbar. Ein Händler. Föchblase anklicken. Und dann fehlt noch einer. Hier. Der Krieg. Sprechblase anklicken. Abgehakt. Sprech mit dem Goblin-Anführer. Es gibt einen Goblin-Anführer. Okay. Dazu muss man jetzt, wie es aussieht, in dieses Gebäude laufen. Und hier ist der Goblin-Anführer. Jenny Boomboile. Okay. Föchblase anklicken. Und bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Monte Gatslov in Ashrachet, an dieser Stelle im Gebäude drinnen. Föchblase wird hier angezeigt. Wieso, weiß ich nicht. Bin in der Beta. Vielleicht ein Bug. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.